Moin Jungs und Mädels, grüßt euch. Ich bin's, euer Zeddy und ich habe einen neuen kleinen, aber feinen, ja doch sehr attraktiven Launchglitch für euch. Dabei hat mir geholfen der Kalle Gaming 22 und GlitchTV. Das Besondere am GlitchTV ist, er ist der Fauna von diesem Glitch. Also sein Link ist unten in der Videobeschreibung. Ihr müsst ihn unbedingt abchecken, weil er ist ein sehr junger YouTuber, muss ich dazu sagen, aber ein extrem guter. Weil er bringt Glitches, die halt nicht jeder bringt und er findet auch einen Haufen. Also wirklich, wenn ihr mehr von ihm sehen wollt, müsst ihn unbedingt abonnieren. Also wirklich sehr, sehr, sehr guter YouTuber, finde ich. Wirklich extrem gut. Auf jeden Fall, ich zeige euch jetzt gerade mal, was ihr dazu machen müsst für den Launchglitch. Und zwar, am besten macht ihr das zu dritt. Also bei uns war der Kalle Gaming 22, der Pilot im Luxum, damit die Türe aufbleibt. Oder ja, das könnt ihr theoretisch auch zu zweit machen. Nur, ich würde es euch empfehlen, macht es zu dritt am besten. Und dann stellt ihr euch so an die Türe hin, wie ich das gerade mache. Und der zweite von euch muss mit dem Motorrad gegen die Türe bzw. gegen den Jet fahren. Also gerade genauso in das Eck da rein. Und dann katapultiert es euch nach oben. Also super einfach eigentlich. Nur ich habe es jetzt nicht so hin. Bekommt bei mir schon mal die Tür abgefallen. Und ihr seht ja, wie hoch ich fliege. Und ich zeige es jetzt gerade mal aus meiner Sicht, wie ich das gemacht habe. Also bei mir ist so oft die Türe abgefallen. Da macht es am besten mit jemandem, der es vielleicht besser drauf hat als ich. Muss wahrscheinlich nicht so schwer sein, da jemanden zu finden. Auf jeden Fall, das war es eigentlich schon mit dem Glitch. Super einfach. Und dann wollte ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und auf gar keinen Fall beim GlitchTV vergessen, vorbeizuschauen. Jungs, lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ihr könnt mich natürlich auch abonnieren. Würde mich super freuen, wenn ich noch mehr Abonnenten bekommen würde, die ich mit neuen Glitches oder auch mit alten, vergessenen Glitches bereichern kann. Also Jungs, ich bin raus. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.